Hallo, mein Name ist Tobias Eisenkolb und ich möchte Ihnen heute meine Praxis vorstellen. Generell zur Medizin gebracht hat mich ein gewisser familiärer Hintergrund, aber gerade mein ausgefeiltes Interesse für Geschichte und geschichtliche Zusammenhänge hat mich dann eben der Naturheilkunde näher gebracht. Ziel in meiner Praxis ist es, modernste Behandlungsdiagnose- und Laborverfahren mit alten Behandlungsmethoden zu kombinieren. Therapieverfahren, die bei uns in der Praxis zur Anwendung kommen, gehen von Schröpfen bis hin zu Bau- und Schaltieren, klassischen Infusionstherapien, aber auch Phytotherapie bis hin zu manuellen Therapien wie Chiropraktik, Osteopathie, aber auch klassische Faszienmethoden. Es würde mich freuen, wenn ich Sie in meiner Praxis begrüßen dürfte und Sie mir Ihr Vertrauen schenken. Ich stehe Ihnen gerne in der Praxis zur Verfügung. Ich stehe Ihnen gerne in der Praxis.